Stell dir vor, eines Tages klingelt dein Handy und der Todesbote ruft an. Du weißt, dass du innerhalb der nächsten 24 Stunden sterben wirst. Vielleicht passiert es in 10 Minuten, vielleicht in 10 Stunden. Eines ist aber klar. Spätestens in 24 Stunden wirst du tot sein. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Situation, die ich gerade vor dem Intro beschrieben habe, widerfährt den beiden Jugendlichen, Matteo und Rufus, in dem Buch Am Ende sterben wir sowieso. Matteo und Rufus sind beide 18 und 19 Jahre alt und sehr unterschiedlich erstmal. Wir haben auf der einen Seite Matteo, der erstmal sehr introvertiert und ruhig wirkt, während Rufus auf der anderen Seite das genaue Gegenteil ist, also eher extrovertiert. Und so lernen sich die beiden am Anfang des Buches tatsächlich erstmal kennen. Auf welche Weise möchte ich noch nicht vorwegnehmen und versuchen eben mit ihrer neuen Lage, die ja schon sehr dramatisch und tragisch ist, umzugehen. Und damit sind wir auch schon bei der Prämisse. Denn dieses Buch spielt in einer Welt, die unserer bis auf ein Detail gleicht. Denn dort gibt es eine Organisation namens der Todesbote. Das ist eine Organisation, die weiß von jedem Menschen, wann er oder sie sterben wird. Und teilt es diesen Menschen per Telefonanruf mit und warnt sie damit. Wobei, warnen vielleicht nicht das richtige Wort ist, denn das impliziert, dass die Menschen noch die Möglichkeit haben, dieses Schicksal abzuwenden. Aber so wie ich es verstanden habe, haben sie das eben nicht. Denn der Todesbote, der irrt sich nie. Und da, finde ich, kommen dann sehr viele Fragen auf. Was ist so zum Beispiel mit Self-Fulfilling Prophecies? Also was ist, wenn ein Mensch nur deswegen stirbt, weil er vorher gesagt bekommen hat, dass er sterben wird? So nach dem Motto, man kriegt den Anruf, gerät total in Panik und wird deswegen unvorsichtig und läuft auf die Straße. So, was nicht passiert wäre, wenn man nicht panisch gewesen wäre wegen des Anrufes. So, solche Fragen stellen sich einem dann. Und ich habe mir dann irgendwann so ein bisschen gedacht, eigentlich ist das egal. Denn dieses Buch basiert nicht auf dieser Frage, auf der Thematik, was hat es mit diesem Todesboten auf sich, sondern basiert eben viel mehr auf der Philosophie. Denn dieses Buch stimmt einfach sehr nachdenklich. Und so, finde ich, bietet es einen guten Anschluss an das Buch Das Café am Rande der Welt, was ich letzte Woche übrigens vorgestellt habe, könnt ihr hier nochmal klicken, da habe ich das verlinkt und am Ende natürlich nach diesem Video erstmal anschauen. Denn da geht es eben auch sehr viel um das Leben. Allerdings muss man sagen, beim Café am Rande der Welt ist es eben so ein Gespräch, es ist sehr viel Theorie und hier ist es so ein bisschen die Umsetzung davon. Und ich sehe gerade, ich habe das Buch falschrum, egal. Ich habe persönlich auch noch gemerkt während dieses Buches, dass ich nicht nur gemeinsam mit Matteo und Rufus über ihr Leben nachgedacht habe oder über das Leben generell, sondern auch über mein eigenes Leben. Und sowas finde ich immer gut, wenn man dann so ein Buch auch auf sich selber beziehen kann. Das ist zum Beispiel eine der Stärken des Buches. Eine andere Stärke ist nicht etwa die Action, denn Action gibt es in diesem Buch sehr, sehr wenig. Das fand ich aber überhaupt nicht schlimm, denn die wahre Stärke des Buches sind eben zum Beispiel die Charaktere. Mit denen habe ich einfach unglaublich mitgefühlt, mit Matteo und Rufus. Die waren unglaublich gut beschrieben. Es hat sich für mich schon fast angefühlt, als wäre ich einer von den beiden und habe diese Nachricht erhalten, dass ich in den nächsten 24 Stunden sterben werde. Und so habe ich eben sehr, sehr viel mitgefühlt und auch sehr viele Tränen vergossen, gerade gegen Ende. Und ich möchte definitiv die Person, die von sich behauptet, dass sie bei diesem Buch nicht geweint hat, nicht kennenlernen, denn diese Person muss definitiv ein Psychopath sein. Was man auch sagen kann über dieses Buch ist, dass es sehr viele Ansätze bietet, aber weniger Auflösungen. Und ich finde, auch das ist eine Stärke, denn bei diesem Buch ist das unglaublich passend. Nur ein Beispiel, es wurde zwischendurch mal kurz die Frage aufgeworfen, was es mit diesen Todesboten eigentlich auf sich hat, woher der das wissen kann, dass man stirbt. Und da kam dann so eine Theorie auf, die halt nicht bestätigt wurde. Und das finde ich gut, denn es lässt Interpretationsspielraum für den Leser und die Leserinnen. Und das war eben in sehr vielen Situationen in diesem Buch, dass halt Überlegungen aufgestellt wurden, Theorien. Aber man hat immer noch die Möglichkeit, selber darüber nachzudenken. Und das finde ich bei diesem Thema sehr, sehr passend und sehr angemessen. Das Ende des Buches war gut, aber nicht besonders überraschend. Aber das ist auch nicht schlimm. Man weiß von Anfang an, wie es ausgehen wird, aber man weiß nicht genau, wie es ausgehen wird. Und so wie es dann war, fand ich es eigentlich perfekt. Es könnte nicht besser sein, denn es wirkt nach. Der letzte Satz, es ist nicht unbedingt ein offenes Ende, ein kleines bisschen, aber der letzte Satz, der haut auf jeden Fall rein. Und das finde ich immer gut bei einem Buch, wenn man dann den letzten Satz liest und das Buch erstmal zur Seite legt und sitzen bleibt und über das Buch nachdenkt und erstmal nichts anderes machen kann, als über dieses Buch nachzudenken. Das finde ich gut, dass es bei diesem Buch definitiv passiert. Dieses Buch ist aus meiner Sicht definitiv lesenswert. Es ist lesenswert, wenn du gerne über das Leben nachdenkst, wenn du gerne philosophierst und dir dabei nicht gerne Lösungen von anderen vorsetzen lässt, sondern eben selber darüber nachdenkst. Es ist lesenswert, wenn du emotionale Szenen gut findest und sie nicht direkt kitschig findest und wenn du die Charaktere lieben lernst und manchmal auch ein Buch vielleicht nur wegen der Charaktere liest, dann ist dieses Buch definitiv was für dich. Lies es. Mir hat das gefallen. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt das doch gern mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und eure Meinung in den Kommentaren zu lassen. Ich freue mich schon, mich mit euch darüber zu unterhalten. Und dann habe ich noch hier eine Playlist und hier ein Video verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.